Und damit herzlich willkommen meine lieben Exzellenten zu einem neuen kleinen Quick Guide für die Herausforderungen von Age of Sorcery auf der Isle of Zipta. Und ja, eine weitere seltene Herausforderung ist ins Haus geflattert gekommen. Wir schauen mal ganz kurz. Nämlich den Flurschrein des Dämons besuchen. Ja, wieder eine simple Erkundungsquest. Nicht großartig herausfordernd. Und im Prinzip nur die einzige Herausforderung, erst mal zu wissen, wo ist das Ganze und das andere, ja, sich auf den Fußmarsch zu machen und da einmal hinzulaufen. Wir finden den Flurschrein im direkten Westen des Schwarzen Turms. Können wir mal gucken, welches Planquadrat das ist. Das wäre G10. Unterste linke Ecke von G10. So, da teleportieren wir uns einfach mal hin. Wie gesagt, ist nicht viel zu zu sagen. Ihr müsst einmal in die Nähe kommen, dass das als erkundet zählt. Und dann hat sich die ganze Sache. Es kann immer mal ein bisschen hakeln. Ich habe es auch ein paar Mal selbst gehabt, dass ich bis reinlaufen musste. Beziehungsweise eine Etage hoch sogar. Aber, wie ihr seht, ne. Wenn man einen kleinen Moment wartet und sich das System im Hintergrund aktualisiert, dann zählt das als heraus. Oder erledigt. Wir gucken mal. Flurschrein des Dämons besuchen. 1 von 1. Belohnung anfordern. Und damit haben wir das Ganze erledigt. Wir gucken nochmal. Das Ganze war im Planquadrat G10. Westlich des schwarzen Turms. In der unteren linkeren Ecke. In diesem Planquadrat. Einmal hinlaufen. Unterwegs nicht töten lassen. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen einfach gesagt. Aber, ja. Im Endeffekt, ihr könnt auch durchsprinten. Es gibt immer mal Wege. Je nachdem, von wo ihr gestartet seid. Wo euer Startgebiet lag. Ihr werdet die Gegend sowieso nach und nach erkunden. Von daher, jetzt wisst ihr, wo ihr hin müsst. Und, ja. Ich hoffe, der kleine QuickCut konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich tierisch über ein Däumchen freuen. Gerne auch ein Abo da lassen. Hier wird noch jede Menge an Guide-Material zu verschiedenen Herausforderungen kommen. Und, ja. Nur zu sagen, wir sehen uns im nächsten Guide, wie ihr mögt. Bis dahin. Schön gesund bleiben. Und ciao, ciao.